Jetzt gibt es immer richtig Feuer. Jetzt wird es auf die letzten Minuten. Raus, wieder raus. Es ist Sand und Eis. Ja, ja, der Typ, der wird es immer noch mal probieren. Mal wieder sehen. Nicht in den Getriebe sein. Und die Jungs lassen wir Solo fahren. Die lassen wir einfach fahren. Weil in dem Bereich, in dem Bereich, wo die sich aufhalten, der Marek Seidel mit Polo, und da tut der Jürgen mit Audi. Da ist es wohl besser. Wir lassen die Solo fahren. Weil wir in der Schlange Linie fahren, bei den Geschwindigkeiten. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt ist es noch Wahnsinn. Und das war ein жителей Markstein. Ein Blutовых. Jetzt habe ich eigentlich einen Kurzhaar. Eine 9, 4, 6, 5. Aber jetzt habe ich einen Scheitel. Ich schwöre das. Jetzt hast du einen Scheitel, wie gesagt, mit Gangnet-Neupracht, mit Kurven gefahren. Wir haben einen Gummi, einen Ruß, einen Dreck, ein Irgendwas im Gesicht. Das ist einfach der Wahnsinn, der Typ. Du, Groß, da wollen Sie mal jemanden, der den Tisch wieder sauber hat. Ich glaube nicht. Schaut raus jetzt. Die Zeit war 9, 4, 6, 5. Wenn man hier sitzt und das absolut greifend kippt, also man mahnt wirklich, wenn man den Abgasstrom abkriegt von der Seite von der Ausbefahrt, dann ist es weht eigentlich halt von der Bierbank, das ist gigantisch. Kurz vor einem Bewehrsturz auf Anfall. Wir haben noch 10 Minuten. Ja, wir machen die Rückführung schnell, dann können wir den Boden mal reinlassen.